Guten Abend, Berlin! Schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen. Hier kommt Karl Heiden. Es ist auch ganz super, dass Karl und ich die Show, wenn man so will, beginnt. Denn auf diese Art und Weise sind gleich die Größenverhältnisse klar. Ja. Ich meine, guckt euch mal dieses Mikrofon an, das wird dann schwindlig. Zu zweit macht das schon sehr viel Spaß hier oben zu stehen und loszulegen, aber zu dritt noch mehr. Und bei dem dritten im Bunde hier oben, für den Anfang, gibt es diese Kriterien, Größenhöhenkriterien nicht. Nicht so stark zumindest. Mit ihm zusammen auf der Bühne zu stehen, seit vielen Jahren inzwischen auch. Macht sehr viel Spaß. Ist ein Privileg, ein toller Musiker. Ein Tausendsasser, muss man sagen. Alles, was er in die Hand nimmt, spielt er nach kürzester Zeit. Ein großartiger Kumpel, Pascal Krebitz. Und jetzt geht's los mit unserem ersten Song aus ewig. Und er heißt Schnee, der auf Rosen fällt. Ich wünsche euch viel Spaß. Lasst euch zurückfallen, Leute. Genießt den Abend mit uns zusammen. Viel Vergnügen.